Fortnite hat es wirklich geschafft, zwei Bugs ins Update zu bringen, obwohl sie nur viermal den Greifhack mit einem anderen Skin reingebracht haben. Wenn man sich einmal die Aufträge anguckt, bleiben die Belohnungspunkte einfach im Game drin und gehen nicht mehr weg, Digga, ich musste mein ganzes Game da erstarten. Und wenn ich mit einer Waffe gezielt habe, konnte ich nichts mehr auf der linken Seite sehen. Wieso?